Hallo liebe Leute, die Kingsman am Start. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich erstmal auf meinen Trampel gegen mein neues, altes. Ich habe schon etwas länger. Okay, jetzt drücke ich erstmal auf Pause, dass ich jetzt erstmal gucken kann, wie ich die Kamera anklemme. So Leute, ich habe das jetzt so gemacht, dass das Handy am Käfig ist. Also, hinter mir oder unter mir könnten, ne, hier könnten jetzt im Käfig die Weinerhaben einfach rauskommen. Aber, das ist schon mal richtig schlecht. So. Also, die klassische Rundheim-Saldo, die kennt doch bestimmt jeder. Und sie kann das jetzt auch jeder, keine Ahnung. Also, das ist der klassische Punkt, der wir gleich sind. Ach, die kann ich den. Ich probiere es nochmal. Auf. Ach, egal. Das ist der klassische Rundheim-Saldo. Aber jetzt kann ich nicht so gut, aber... Ich hole mich voll jetzt. Ich kenne es immer noch. Aber ich kipp dir auch ein Rundheim-Saldo. Das ist jetzt so, ja. Ich bin nur in einem Rundheim. Ich probiere noch mal. Guck mal. Guck mal. So, versuche ich mal den Rückweg vorwärts, den konnte ich bei allen anderen Lügen war auch ganz sehr gut. Also, Antonio heißt, ja, Antonio, schwerlich ist sein Lügen. Den könnte ich auch mal abchecken, wenn ihr wollt. Und dann sollte ich jetzt, wo wir uns jetzt vorwärts sind. Jetzt vorwärts. Ja, die Gäste noch mal abgestimmt, wenn wir nur so, wie sie gekommen sind. Cool. Ja, knapp. Ich hab's geschafft noch einmal. Ja? Ich hab's. Okay. Ich kann... ich kopier... auch... ich... ich kopier immer beim Rückweg weiter. Kopier ich in. Und wenn ich... die Außen von Ellen sieht... ... der Rüssel ist leider nicht mehr so aus. Aber ich mach das so, weil ich dann mehr Schwung kriegen soll. Und so sieht es, wenn man so mal. Wenn man so auch noch aufhört. Ja. Hab ich gesagt, das krieg ich auch nicht so viel Schwung. Und... Und... Ja. Das ist so. Und das ist das Händrich, Leute. Und das ist gar kein Dreck. So ein tiefer Rohrwetter... ... hab ich mal mir selbst dir beigemacht. Also... ... wenn ich mich jetzt mit dem Lernen würde... ... probiert erstmal... ... überhaupt hier oben zu kommen. Und also so gemeint, was jetzt... ... probiert erstmal hoch zu springen. So. 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 So So. Nein! Yes! Also ihr müsst erstmal die Rückwärtsrolle, dass ihr gut könnt, dass wir auch, also die Rückwärtsrolle, der Logik ist hier, boah ich kann die nicht tun, ihr müsst hier aber schieben können, nee, nee, ich schieben, ich mein gerade. Also, so, ihr setzt euch dann so hin, erstmal so als erstes, und da, als zweites, das heißt, na alles, mein Kugel, ich schreibe, wie gesagt, check doch den Kugel, dann sehen wir seinen Kanal aus. So, der zweite, soll ein bisschen so hier machen. Das war zum Beispiel fast gerade, das macht ihr auch das, dann macht ihr das. Hier und heute, ihr könnt das hier oben machen, oder ihr könnt auch hier unten machen, wie ich. Und dann, wenn ihr Hilfe habt, dann würdet ihr ungefähr, so zum ersten Mal mit Hilfe sein. So hier. Würdet ihr aufs Knie aufkommen. Aber dann müsst ihr es irgendwann richtig gut alleine üben. Und wenn ihr euch fragt, wie mit Hilfe, dann einfach nur so, so, so springt, die andere Person, die andere Person halte doch, springt nicht. Wenn die andere Person nur sagt, macht sie so, kommt in den Blick und so, und dann, die andere Person schiebt, damit die Beine schmeißt euch hin. Ich schmeiße richtig hinter, aber die zweite aus, habe ich von meinem Kumpel Antonio. Der macht sie so, macht sie so, und der andere, der macht sie einfach nur so, eins, und der untere, macht der erste nur so mit, springt nicht. Und dann einfach nur so, wenn du frei sagst, der untere, und die letzte einfach dann so, und der jungen, macht dann so niedriges Regen rückwärts. Der untere fällt dann so laut. Und dann, wenn ihr es öffnet habt, würdet ihr dann, müsst ihr probieren, ob ihr so mehr Schwung kriegt, oder hinsen. Und dann, mit innen würde es ungefähr so hier aussehen. Und? Ach, nicht im stehen, aber im stehendsten würde es dann auch nicht. So würde ich jetzt auch mit Tina aussehen. So. Nein. Aber... Okay. Für heute. Hui. Das war das mit der kleinen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wenn... Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr weitere so eine Folge sehen wollt. Sag ich nur, tschüss, bis zum nächsten Mal.